So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Infofolge Pokémon Go, denn das nächste Event wurde gerade angekündigt am, was ist, Dienstag, Mittwoch, Mittwochabend. Mittwochabend nächstes Event, das haue ich euch für Donnerstag raus, dann habe ich nämlich schon wieder ein Video und kann mich auf Ramses Kitchen fokussieren. Ich weiß nicht, in letzter Zeit ist irgendwie ein Pokémon der Wurm drin, oder? Jetzt sehe ich dieses Bild vom nächsten Event, was ja so nicht ganz stimmt, weil das nächste Event ist ja eigentlich hier dieses mit dem Sand, was glaube ich am Donnerstag oder Freitag losgeht. Das ist hier ein anderes Infovideo und jetzt wurde schon wieder das Event nach dem Event angekündigt, was halt jetzt dann nicht aktuell ist, sondern dann und wenn das dann anfängt, dann weiß man auch wieder nichts mehr. Also es ist auf jeden Fall immer perfekt. Hätten sie jetzt gezeigt, was morgen abgeht, dann wüsste man das schon besser. Beim Event schmorende Schritte steigt die Temperatur. Ich finde das schön, dass hier so eine Vulkanlandschaft ist. Man sieht lauter Feuer-Pokémon, man sieht Läufe, man sieht Schneckmark, man sieht Knarbon, was richtig frisch erst auch im Spiel ist und auch mega selten war. Und man sieht vor allem Ignivore, eins meiner Lieblings-Pokémon mit, weil das einfach so eine Mistmade ist, ja, wie Natururin. Grüße gehen raus und weil ich den einfach als Ramoff, Ramon, Ramoff, Ramon, Ramoff, einfach als starken Feuerangreifer wahrnehme. Was hat es damit auf sich? Wilde Ignivore? Shiny Ignivore? Ignivore Raids? Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Was ist mit Knarbon? Fliegt das jetzt wild rum? Also, mich interessieren bei solchen Events natürlich am meisten die Wildspawns. Jetzt haben wir aber mal die Daten dazu. Schmorende Schritte. Freitag, der 21. Juni. Heute ist der 5. Freitag, der 21. Juni. Dauert also noch ein bisschen. 10 Uhr Ortszeit bis Dienstag, 25. Juni, 20 Uhr. Doppelte Schlüpfbonbons. Halbierte Schlüpfdistanz. Geviertelte Schlüpfdistanz mit dem Widget für die Pokémon Go Eierhilfe. Brüt-Dings. Wenn das schon mal jemand gemacht hat. Und erhöhte Chance, schillernden Schneckmack und Neufeo zu begegnen oder sie auszubrüten. Wo ist Ignivore? Jetzt habe ich mich auf Ignivore gefreut. Aber, ja, das ist irgendwie im Event drin. Aber die anderen zwei, die hässlichen, die man nicht braucht, die sind auf jeden Fall erhöht. Pokémon Eier. Aha, keine Wildspawns, erstmal Eier. Ignivore schlüpfen mit sehr viel Glück. Aus 2 Kilometer Eiern, 5 Kilometer Eiern, 10 Kilometer Eiern. Wenn das Glück euch holt ist, können sogar erstmals im Pokémon Go schillernde Ignivore schlüpfen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding dann aussieht. Das klingt aber auf jeden Fall wieder cool. Naja, mit der unendlichen Brutmaschine wirst du wahrscheinlich jetzt wieder nicht so viel Ausbeute haben. Da wirst du wieder gucken, wie du klarkommst. 2 Kilometer Eier. Was haben wir sonst noch drin? Fulcano, Schneckmack, Undusta, Magby, Ignivore. Undusta, ja, Megaentwicklung. Schneckmack hat nicht mal Cargo auch? Eine Megaentwicklung? Irgendwann? Oder bin ich komplett bescheuert? Magby, Baby, okay, wer da noch das Shiny sucht. Aber ansonsten Ignivore ist der Boss. 5 Kilometer Eier. Hisuifukano. Flampion, finde ich richtig gut. Lichtel, finde ich gut. Leufeion, naja, ist ja erhöht von der Shiny-Rade und Ignivore. Ist heftig der Boss. 10 Kilometer Eier. Ignivore, immer noch heftig der Boss. Tordonator, mit dem kann man eigentlich gar nichts machen. Wer es Shiny noch nicht hat vielleicht, musst du nicht raiden. Und Knarbon, aber halt so normal so. Aber trotzdem 10 Kilometer Eier, nur 3 Pokémon. Da ist ja die Chance auf Ignivore. Richtig groß. Oder wenn ihr Pech habt, kriegt ihr Knarbon und habt trotzdem Glück. Das klingt auch gut. So, schauen wir mal weiter. Ach, Feldforschungen. Wir sind immer noch nicht bei den wilden Spawns. Belohnung für Feldforschung. Folgende Pokémon nach Abschluss der Feldforschungen. Schneckmark, Leufeio. Mit etwas Glück auch. Tordonator. Also andere Spawns. Äh, andere Pokémon-Belohnungen in den Feldforschungen. Feldforschungen gibt es wohl gar nicht. Nur Schneckmark, Leufeio, Tordonator. Wo sind da die Ignivores? Die möchte ich da auch sehen. Befristete Forschung. Während des Events läuft eine befristete Forschung. Hier muss man Eier ausbrühen und man bekommt Staub, EP und Event-Pokémon-Begegnungen. Mit Ignivore? Steht auf jeden Fall nicht da. Wahrscheinlich wird es abwechselnd immer Schneckmark und Leufeio sein. Pokestop-Showcases. Wurde ja sowieso jetzt gesagt, dass die immer von Samstag bis Sonntag sind. Und dann Montag bis Dienstag. So. Es finden Showcases an verschiedenen Pokestops statt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wann ist das Event? Freitag bis Dienstag. Dann müsste also trotzdem Samstag, Sonntag und dann Montag, Dienstag zwei verschiedene Pokestop-Showcases stattfinden. Dann sind wir schon beim Pokémon-Go-Web-Store. Und das war's. Hä? Was ist denn mit Raids? Was gibt's denn für Raids? Das ist doch bestimmt irgendwas während des Events in Raids drin. Steht nicht da. Was ist denn mit den Wildspawns? Spawnen doch bestimmt wilde Feuer-Pokémon. Gibt's irgendwas Wildes, was cool ist? Steht nicht da. Was fehlt noch? Wo sind Sticker? Das ist jetzt komplett uninteressant, aber man muss es ja mal fragen. Wo sind die Sticker? Was ist hier wieder mit heftigen Boxen, Hyperboxen, irgendwas? Und? Nee, ich versuch was anderes. Wo ist das Ticket? Es gibt kein Ticket. Da hätten sie doch jetzt zu der befristeten Forschung, die für alle da ist, ganz schnell wieder für 5 Euro ein super Ticket raushauen müssen, wo es 10 Brutmaschinen drin gibt. Es gibt eine Ignivore-Mütze. Mit dem Ticket ist die Shiny-Rate von Ignivore nochmal erhöht. Und man kriegt halt eine Aufgabe hier, 10 Eier brüten. Und dann hast du 10 Mal untereinander Ignivore als Encounter aus der Forschung. Wenn ich Niantic wäre, dann wäre das auch nicht gut. Also irgendwie schon wieder komische News, komisches irgendwas. Das dreht sich alles nur ums Brüten oder Feldforschungen. Aber Brüten sinnvoller als Feldforschungen, da ist ja nicht das gute Zeug drin. Die Katzen machen mich noch nervös. Aber was ist mit den Wildspawns? Was ist mit den Raids? Wir werden es dann sehen, wenn es da ist. Schade, dass es vorher keine Info gibt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr Bock auf das Event? Werdet ihr viel brüten? Ich darf nur den unendlichen Brüder nehmen. Ich spare mir alle Brutmaschinen, die ich mal so kriege. Für das globale Go-Fest in Gera. Mit Thomas, Genaya, Hannes oder wie auch immer, wer da alles kommt. Und ja. Trotzdem. Schönes Bild. Schönes Thema. Vielleicht doch interessantes Event. Lassen wir es mal auf uns zukommen, was noch alles drin ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis der in Peace out vorhaut. Euer Ramses.